Oh mein Gott, jetzt wird ein abgestorzt. Nein. Was kotzt du an? Die Runde wird sowieso nichts. Waaaaa! Nein! Alles klar, also ich bedanke mich nochmal an Gommel für die leistungsstarken Server. Ist ja nicht so, als ob die fast vorm Kollabieren sind. Ich habe jetzt auch einen Diabluspanzer. Ich ziehe das jetzt erst an, wenn mich jemand angreift. Ich habe jetzt auch... Oh mein Gott, ich habe auch einen Eisenschwert. Digga! Warte. Ich gucke die jetzt an und jetzt greift er mich vermutlich gleich an. Und? Gib den. Damn. Wie legendär, das war einfach. Das war ganz richtig nice. Ich gehe jetzt erstmal runter. Alter, ich habe so gutes Equipment. Da vorne. Die kämpfen, die kämpfen. Kannst du abstauben. Bevor es zu spät ist. Nice, 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 nice. Nimm, 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 nimm. Nice. Super, den habe ich. Und jetzt der noch. Passt doch. Per Frag. Das ist richtig geil. Jetzt, jetzt. Du selber gegen zwei Leute noch. Ich weiß nicht, ob die Team ist. Ich schau mal nach. Ist egal. Oh, das ist mal wieder so eine richtig beschissene Map. Und hier sehen wir Let's Shadow via... Das ist mal nice, ne? Was? Wir sind beide in die Lava geflogen. All looool. Nice. Bis zum nächsten Mal.